servus youtube und willkommen zurück bei mir auf den kanal und heute gibt es mal wieder seit längerer zeit einen quick look für euch und wir haben hier robert delay season 4 episode 1 aus black mirror die 943 pop television so sieht in der verpackung aus das sind die anderen in der reihe und ich würde sagen wir packen ihn mal aus geht ja schnell bei den pops und hier haben einen außerhalb der box sehr schön gestaltet hier seine uniform seiner pistole und seiner kommunikator beziehungsweise scanner oder was es ist ich kenne die serie leider nicht sehr schön gemacht menschen pop natürlich immer schwer zu erkennen kopf könnte man normalerweise drehen ist aber hier etwas wie er ging nicht und ich lasse es lieber bevor ich ihn kaputt mache der hat hier noch diesmal eine nase noch mal im detail sieht ganz gut aus würde ich sagen dann würde ich sagen standprobe er steht ja mehr gibt es bei quick looks nicht zu sehen aber es ist heute eine schnelle overview wenn ihr euch für die figur interessieren solltet ja dann sage ich natürlich schon wieder danke fürs zu sehen ein like aufs video nicht vergessen wer es noch nicht ist den abo button drücken danke fürs zu sehen bis zum nächsten mal auf wiedersehen bis zum nächsten mal auf